Wie verändert sich die Öffentlichkeit durch das Internet? Was wir gerade jetzt erleben, ist ein struktureller Wandel der öffentlichen Kommunikation. Wir erleben ihn mit, wir gestalten ihn mit. Und wie sieht dieser strukturelle Wandel aus? Inhaltlich sieht er so aus, dass die öffentliche Kommunikation sich differenziert. Sozial sieht er so aus, dass wir immer mehr Akteure haben, die an dieser öffentlichen Kommunikation teilhaben. Zeitlich sieht er so aus, dass sich die öffentliche Kommunikation enorm beschleunigt. Räumlich sieht es so aus, dass sich die öffentliche Kommunikation globalisiert. Und von der Kommunikationsmodelle her sieht es so aus, dass wir immer mehr sehen, wie sich verschiedene Kommunikationsformen ineinander verschmelzen, miteinander vermengen. Und zum Letzten, was wir schaffen oder was auch die Öffentlichkeit verändert, ist, dass wir immer mehr kontrollieren können, wie Kommunikation wirkt. Das sind die Elemente dieses strukturellen Wandes der Kommunikation, die wir miterleben und mitgestalten können. Das ist die Elemente dieses strukturellen Wandes der Kommunikation. Das ist die Elemente dieses strukturellen Wandes der Kommunikation. Untertitelung des ZDF, 2020